aber wir sind umziehen und zwar auf die insel hier mit dabei ist auch wieder mz 80 hallöchen ich stehe im wald und komme nicht weg weil ich wieder überladen bin wie immer so mal schauen okay jetzt kann ich so langsam nein jetzt hast du da schon die ecke gebaut sorry ich ja ist mir dann macht ich hätte noch ja ich muss ja nicht wie groß ist noch wird ok ja du kannst es ja weg reißen ist ja nicht so schlimm hier macht sie einfach auch aber nicht schön da mit den steinen ja sorry das habe ich irgendwie habe ich das nicht gesehen im das muss ja irgendwann verstärkt werden oder nicht nein für was ok von daher würde jetzt sagen kann man stehen lassen jetzt nicht was ich mache so wieso bin ich schon wieder überladen ich kann nicht anschleichen hier was müssen anschleichen damit ich sehe was du machst nein nein ist absaufen sonst so ging das ein bisschen wirklich umgewöhnen nächste ein teil ist repariert und der nächste folgt zugleich hoffe ich also ich bin das spiel am computer meiniges einfacher dass du nicht so viele tastenkombinationen oder also kannst du alles machen es einfach ein ja stimmt einfach einfacher zum zum handeln und machen zu verschieben und hin und her zu machen jetzt hast du da so ok ja ich habe so viel holz wenn ich habe jetzt so viel holz geholt wenn du holz wenn du stellst dann schmeiße ich das jetzt nicht viel nein nein wir brauchen noch tonnenweise wände was warst du da nein auf keinen fall wegschmeißen das wäre oberblöd hast du nicht gesagt du machst das fundament ja das habe ich gesagt dann habe ich dich ja gefragt in den holzwänden hast du gesagt dass du da noch dass du keine machen kannst oder was hast du gesagt ja ich muss erst material holen so ok brauchst du jetzt eigentlich noch leder für das bett oder nein betten habe ich gemacht wo stehen sie dort jetzt gerade bis wir da wenig ja noch nirgendwo ich warte jetzt gerade bis zu einigermaßen wände stehen damit du das ich verhungere scheiße im feuer ist fleisch drin bei der feuer stelle oder nicht oder wird doch fleisch reingemacht dritter fleisch reingemacht ja das wird hier nicht gekocht du musst eine feuer stelle machen ja das weiß ich ja nicht doch vorhin eine feuer stelle gemacht wo ist das hier ich habe so bären habe ich dahin geschmissen willst du da ein paar bären essen vielleicht schaffe ich sie will meine bären nicht essen ich habe auch ich bis jetzt auch ein paar dass ich da nicht direkt jetzt muss ich halt andere wände machen ohne fans damit holzfenster wo habe ich denn das doch letztes mal gehabt da aus holz ok nur hier eine tür und wo wollen wir noch eine tür machen hier irgendwie hin hinten raus genau also da wo du jetzt stehst oder hier würde ich würde sind hier weil da geht ein von absatz runter das sind ziemlich eng aber verstehst meinst du ich kann gerade nicht ich bin gerade mündigerin doch ich mache jetzt einfach hierhin ja wohl auch selbst entscheiden was so nicht dein haus hier oder was entschuldigung ich darf nur mitbauen oder wie ja natürlich ich hätte noch zwei fans hier kannst du ja vorne vorne noch hin machen wenn du möchtest wenn du da weißt wo die tür hinkommt dann mache ich ja noch die wände fertig hinten oder ich weiß noch gar nicht ob ich überhaupt schon dach gelernt habe dach decken ob ich schon dachdecker bin oder nicht hier bin ich ja zimmermann bin ich ja wenn das wirklich auch so schnell gehen würde zog mal ein haus gebaut in zehn minuten aber ich finde es eigentlich noch recht einfach hier teile übereinander zu setzen und zusammenzufügen für einen der handwerklich unbegabtes ist es eigentlich sehr easy das sieht doch schon ganz gut aus ja langsam das fleisch gut ist damit ich da nicht und jetzt noch mal zu den suppentopf was muss jetzt im suppentopf frei machen das habe ich auch nicht gar nicht weiß dass es nicht kochen kannst also nicht der fleisch warten da kannst du aber dann andere sachen glaube ich essen kartoffelsuppe machen herstellen zum beispiel das dreht hier ja dass das fleisch nicht ich habe auch so lange nicht mehr gespielt oder hier verdirbt ist die jetzt gibt dann glaube ich sogar auch irgendwie noch rezepte brauchst du noch wände ich hätte noch ich gucke ich noch was hergestellt jetzt ja noch fünf wände hast du genug ja ich stelle sie immer bloß her gerade so wie sie brauche hier ach so aber du kannst hier noch zwei hinstellen wenn du willst dann stelle ich da keine mehr hin ich habe noch glaube ich gelernt so ein wie heißt das schon wieder ein beet glaube ich ja wenn ich es finde holzlaufsteg brauchen wir sowas pflanzen bett futterdruck ok futterdruck habe ich gelernt wasserversorgung stiefel woran die betten hin machen irgendwo die nicht stören ich glaube ich mache hier hin was machst du mit deinen kompost behälter da kannst du dann deine kacke rein machen oder wie von den tieren und kriegst dann dünger dann wenn wir pflanzen haben und so das sieht ja schon nicht schlecht aus jetzt wurde ich schauen ob wir da ein dach wollten wir noch bauen wie brauche ich denn ein dach man du bist mir im weg kleiner stroh dach bauen wir ein stroh dach oder bauen wir ein richtiges dach muss jetzt wissen ja geht doch einfach selbst was irgendwie was fressen so kann ich dem nix geben das verstehe ich nicht aha bei den kessel muss ja noch wasser dazugeben damit ich da überhaupt was kochen kann ist nicht gut ob sich das eigentlich gelernt habe keine ahnung was musste machen wie ich den dazu bringe dass der selber essen sucht oder wie ich im essen geben kann ich habe das sterilisieren was so schlimm hier soll ich noch ein klo bauen ok nächste frage mittelgroße speed da fehlt mir holz und steine ok dann ich bin noch mal kurz weg holz und steine holen ich will mit dem beet bauen ich habe nämlich karotten samen wenn ich magiker muss dann nicht mal kacke muss dann mache ich das da rein als dünger vielleicht cooler plan so ich habe trost obwohl ich durchs wasser renne braucht das flach her wir sind in einer lagune gelandet treppe so hast du eine treppe gebaut nein wollte ich eigentlich ja wollte ich dir eigentlich über wollte ich eigentlich fragen ob ich sowas bauen soll aber habe mich jetzt nicht dafür gehabt so ich glaube zwei bäume reichen sonst bin ich wieder überladen hier so vielleicht noch ein paar steine hast mörser gebaut und dann kann man jetzt muss das aber auch lernen so wie du jetzt gelernte sachen zu bauen die rezepte zu systeme narkose mittel heißt das damit du das dann auch in mörser herstellen kannst für narkose mittel brauchst du da die beeren die heißen narko beere die solltest auch nie essen sonst siehst du nicht mehr gut und die wird schwindelig und komisch und so und zum herstellen braucht man eben diese narko beeren und verdorbenes fleisch deswegen das verdorbenes fleisch nie weg hauen ja jetzt wäre es ja noch gut wenn wir einen schrank hätten oder dann muss ich nicht immer so viel rumschleppen hier habe ich einen da kann ich dann einfach alles habe ich einen muss nur bauen wenn ich habe ich muss noch stellen so aha bist du jetzt im haus drüben na jetzt komme ich gerade wieder zurück ich habe noch zwei bäume umgelegt da habe ich nämlich noch verdorben hast du verdorbenes fleisch vielleicht bei dir ja bestimmt verdorbenes fleisch das könntest du dann hier in den mörser schmeißen ich habe den wo ich jetzt stehe gemacht verdorbenes fleisch und wenn du hast narko beeren heißen daneben zum narkotisieren narko verdorbenes fleisch ist drin narko beeren wie sehen die dann aus so dunkelblaue runde das war ich dann doch ich habe einen schrank gebaut narko beeren habe ich nicht glaube ich wusste dass da oben narko beeren ok da kannst du alle rein ich meine keinen fall essen und das ist narko beeren die sehen ganz anders aus wie deine wenn ich die samen nein die samen nicht so können wir das dann anpflanzen wirklich die narko beere selbst was hast du jetzt reingeschmissen stein wo ich das was ich hab da nichts reingeschmissen ok ja nicht denn hätte ich noch karotten samen das wurdest du nicht was ist da antiton bär samen das ist für alles samen hier oder was können wir dann anpflanzen er hätte noch eine wunderkerze und eine brille hättest du mir ein bisschen holz nicht viel so 20 stück wirken reichen das tier das auch sollten sie mal fixen jetzt habe ich es genau darauf geschmissen sorry liegt auf der mörse durchgeht und das liegt auf der mörse nicht schlimm aus aber ist scheiße dennoch